Lass uns mal feilen, ist bei dir da der Händler? Nein, dann müssen wir noch einmal weiter, aber das ist glaube ich kein Problem. Dann würde ich mitkommen. Alles klar, okay. Weil ich habe ja hier ein Schiff, mit dem ich erstmal vorzeitig fliegen kann. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Händler finden. So, das war dein Schiff, Rinox. Aber wenigstens hast du an dem Ende gesetzt, ja. Ich habe auch ein Duel rausbekommen. Wichtige Schilde sind tatsächlich ein Muss, habe ich mir gesagt. Welches Portal ist denn das jetzt hier? Bright Shadow 4. Fields of Paradise. Dein ist noch ein Portal. Nemesis 2. Gas Collector. Nach Dark Serenity. Nein, Bright Shadow 4. Genau. Hier bin ich nämlich. Ah da, Bright Shadow 4. Mit so einem verdammten Schild-Generator kann man auch mal irgendwo gegenknallern. Dann fliegt man nicht ganz auseinander. Hätte ich mir am besten einbauen sollen, statt noch einen Generator. Ne, du hättest dir auch Panzerungen reinbauen müssen. Weil es gibt noch Panzerblöcke. Schild-Generator gibt es übrigens erst ab dem nächsten Material. Ab, 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 nanonit, naonit. Ja, gewehr. Gubbe da, 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 da. Richtig geil. Die Lava bewegt sich. Aber wo muss man hin? Ja, lass mal gucken. Jetzt am besten durch nach Infinity. Infinite Eternity. Let's go. Aber merkt ihr mal das hier, weil hier sind so sau viele Astroiden. Ja, man. Alter. Das ist Bright Star of War. Hier sind richtig viele Astroiden. Ich wette, da ist auch Titan. Auf jeden Fall ist da Titan. Alter, da. Alter, wie viele. Ich dachte gerade, ich bin gegengeknallt. Ich habe nach hinten geguckt. Voll gescheert. Ist hier was Schönes? Aber das sieht ein bisschen... Ja, Händler. Da, Händler. Und auch da. Ja. Und auch, und auch was? Was ist das alles? Ein Casino. Ein Casino, Chinos. Das ist zum Teufel muss da ein Casino. Ich muss ein bisschen Gämbeln. Ich muss ein bisschen Gämbeln, ja, ein bisschen Gämbeln. Fett Gämbeln. Fett Gämbeln. Sie ist ausgehen. Oh Gott, Alter. Das ist ein Knall. Ja, erstmal erstmal verkaufen. Geld braucht Geld. Aber astroidenfreundlich sieht es nicht. Da ist übrigens ein paar Piratentor, ne? Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ach ist das Schöne Ah 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 ich seh nichts ist so scheiße leblich man Gämbel ne Gämbel Ich seh nichts F2Doggen so 1000 verkauf ich oder 1000 Nein Hier ist das gleiche passiert Hübsch Ihm ist das gleiche passiert Hast du ne Versicherung? Nein Ernsthaft Viel Spaß beim genau das Elbe machen Und nochmal neu bauen Wieso fangen wir gleich nochmal von neu an Ja wo war ich nicht ne War doch keine schlechte Idee Nein Ich weiß nicht die Aufnahme Ihr müsst nochmal kurz sagen wo ich hin muss Äh Warte warte aber das war doch Äh Richtig Ich weiß gar nicht wie Sag mir einfach die Tore dann wenn ich sie sagen würde Ja ich seh aus dass ich glaube ich selber gott zufrieden Also ich geh glaube ich jetzt wieder zurück und ich nehm mal da diese Dinger mit Minen Ui warte aber Äh Scheiße Ich versuche irgendwie was bei der Beim gesorfen Depot hier zu kaufen Bei Bright Shadow war das Genox mit den Dings Äh ja Äh ja Dann seh ich ja gleich fein dann wieder der Landkrieg Loll Scheiße Ey Wart mal Äh ich bin ja auch zu blöd Was aussieht Wir sollten übrigens auch mal bald die Aufnahme schlummen Ich hab Angst dass ein PC frei wird Was gehört? Äh lol ich hab doch Geld dafür bekommen Loll ich hab noch Pausen bekommen Wir sollten mal irgendwann ne Pause kurz machen wegen Aufnehmen Damit ich mal gucken kann wie viel Platz ich schon weg habe Ähm ja aber äh ich erst muss ich noch mal dahin Muss ich erst noch dahin fliegen ja Oh ja Kannste machen Ich hol mir eben noch ein paar 1A Steine Das ist super hier Das ist 1A Oh alter wie viele man Das ist ja Luxus ist das hier Aber kein Titanium noch nicht gesehen Aber kein Titanium noch nicht gesehen Keine Ressourcen Hm So warte jetzt bin ich hier Nächstes Ding ist in Nemesis Immortal Nemesis 1 Er sagt mir mir fehlen 23.000 Credits Warte Obwohl ich 40.000 habe Für was? Mir nur Milch bei Eisen kaufen kann Halt, ist klar Boah, Alter, wie lange das da wird. Doch, nö. Hätten wir vielleicht auch erst mal ein anderes Schiff kaufen sollen. Ein kleines Eisdreck. Egal, egal, aber das ist bei mir eben relativ langweilig. Hey, ein bisschen reden. Ja, das war mal schön verkackt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir erstens schon aufnehmen. Eine Stunde, sieben Minuten. Wie viele Gigabyte sind das? Na, nicht viel. Ja, ich hab noch 130 Freigahe. Ja, ich hab noch 50 Freigahe oder so, äh, 60. Zehn Minuten waren irgendwas mit 1,07 Gigabyte oder so. Hm, gut, dann geht das. Ja. Ja, hab ich echt noch gesagt, ich krieg das noch. und dann werd ich da voll gegengeknallt. Hätte ich einfach nicht mehr Gas geben, werd ich einfach nur leichter gegengeknallt. Ah, hm. Vor allem bei mir ist es einfach so, wenn ich mich umdrehe, dann einmal kurz tippe, bin ich direkt am Stoppen. Hm, ja, das ist mir nicht so richtig. Deswegen kann mir sowas eigentlich nie passieren. Äh. Mann, du wirst bescheuert. Naja. Achja, sind denn die noch irgendwo überhaupt Astroiden? Aber, ich hab jetzt die ganzen Astroiden ja fast eigentlich, also hier ist so ein Fleck, wo wirklich ganz viele sind, aber die haben alle keine Rohstoffe drin. Neu, okay. Da waren nur zwei mit Eisen, mehr nicht. Hm. Sonst ist hier alles leer. So, nächstes Ding war... Breach Shadow 4. Da bin ich gerade. Ähm, das Ding... Ich schäm so. Ich nicht. Noch nicht. Das Ding, da habe ich nicht. Ja, Breach Shadow 4. Ja, nochmal 25 Kilometer. Alles klar. Das geht. Konntest du keinen Super Jump machen eigentlich? Nein. Glaube ich nicht, oder? Nein, der Sektor ist nicht in Reichweite. Guck mal hier. Der Sektor ist nicht in Reichweite. Äh. Scheißverdammte... Äh... Drohne. Hm. Ach, du hast die Drohne. Nichts, Alter, ist ein Schiff beruhigt. Äh... Ja, siehst du das, Alter, hier ist nix. Gar nichts. Aber null. Hier sind alle normale Asteroiden und mehr nicht. Was soll der da oben, den ich da gerade sehe? Was, was, was? Siehst du? Ja, wow. Ja. Das, was ich gerade brauche. Und dann holen sie sich das. Ich sammle es nicht auf. Die gaben wir noch vorbei. Äh... Ja, zwei Eisen sind hier. Am besten, ich bleib wieder am Anfanggebiet und sammeln wieder Eisen wie ein Gekloppte. Obwohl ich hier finde, man eigentlich tatsächlich sogar mehr. Am Anfanggebiet ist ja gar was Geils. Ja, da haben wir alles leer gesammelt, dann. Äh. Schon klar, dass die Sachen neu auftauchen, ne? Ne, ne, leider nicht. Sie sind fest. Ernsthaft. Wir sind ja per Universe, per Galaxie eben. Ja. Es, äh, es handelt, äh, so. Wenn du reinjointst in eine neue Galaxie, wird die random generiert und die bleibt dann auch. Alter. Ja, das kann ja nicht, die können ja nicht alles wieder umstellen, wenn du da drin warst und dann kommst du nicht mehr klar. Deswegen aber, wo, ich meine, woanders gibt es sowieso mehr, deswegen. Ja, wir sollten einfach wieder ein weiter, dann, wenn du da bist. Ja, ein weiter als die Piraten, links, ne? Ne, ne, ist halt das... Infinite Eternity halt, da war halt eben wahr, ne? Ja, und dann gehen wir halt ein Portal nach links oder so, wo wir gerade nicht gehen. Ja, aber ich muss doch erstmal da verkaufen und kaufen und noch alles weiter und... Ich würde trotzdem gerne jetzt erstmal gleich eine volle Pause machen. Ja, das können wir gleich aber auch erstmal machen. Da, erstmal nochmal 35 Kilometer. Ach, nö. Also nochmal warten. Welcome to my club. Welcome to my club. Ich weiß, vielleicht werde ich es auch ein bisschen schneller machen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen hilfreich. Das ist ein sehr toller Schiff-Name, Schinox. Ja, es muss halt schnell gehen. DA ist DS, er ist DA. Schiff würde ich eh nicht behalten. Schrocken. Richtig. Hauptsache, ich habe meine Turrets noch behalten, eine ganze Zeit. In der Zeit, wo wir hier sind, kann ich eigentlich schon mal ein bisschen wieder weiterbauen. Ich wollte eigentlich in dem Sektor da eigentlich bauen, weil da gibt es ja eigentlich alles. Da gibt es doch, da gibt es einen scheiß Werft, da gibt es alles. Ja, aber es gibt wenigstens weniger Asteroiden. Ja gut, aber sollte ich da dann machen. Da muss ich bauen. Da muss ich noch übernehmen, ja gerade. Ich und Schinox brauchen ja ein Neuschiff. Ja, könnte er ja machen, könnte er mal. Perfekt, der Platz zu bauen, in dem Fall. Äh, ich brauche jetzt... Mönkensystem finden, was genug Titanium und Eisen benutzt. Das wäre gerade gut. Da, wo halt es eben war noch nicht. Infinity, Eternal, Turkey oder nicht? Oder ist er echt? Wir wissen ja aber noch nicht, wann das Titan kommt. Äh, Schinox. Ganz schnell weg. Ich werde beschossen. Gleich ist er auch noch tot, dann wäre echt cool wieder einmal am Anfang. Ja, fast. Und endlich. Ich gehe gleich mal jumpen. Nicht wahr. Wo ist das Portal? Wieder weg. Ah, die sind nur auf dich fokussiert, danke. Was ist das hier im Portal? Wo waren wir gerade? Infinite Antennity, oder? Ja. Da, wo das Gambling-Ding ist, ne? Mhm, genau. Ja, dann gehe ich da schnell rein, ey. Werde ich da aber mal beschossen, alter. Ich höre immer so wie die Musik so... Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud station und die vielleicht auch mal erst mal da oben bin jetzt wieder in den friendly gebiet so friendly war das eben gerade gar nicht da kam gerade ein piraten frachter durch der wurde instant auseinander ja ich glaube dass der standard dafür muss aber auch bedenken dass seine militärvase stehen dahinten sind ein paar asteroiden das sieht ja auch gar nichts aber alles nur grün ich bin fast gegen ein anderes schiff geflogen der guckt da war da so dumm ich guck mal kurz die asteroiden da hinten ob da irgendwas spitze und da ist ja noch titan da So, da und dann. Warte. Man sieht einfach echt nix, ne? Ja, richtig, als hätte jemand hier richtig schön einen abgelassen. Vor allem bei den Asteroiden hier auch. Man sieht nicht, ob so ein richtiger... Oh, Titan. Oh, du Arsch. Oh, auch nur so ein Mini-Ding wieder. Und endlich. Oh. Äh, verkaufe ich, verkaufe 9.000. So. So. So, so klein ist das Ding gar nicht. Kaufwünsche, so was immer, 300. Na, lala. Doch, es hat an den nicht so viel gemacht. So, was habe ich wieder? Jetzt habe ich 40.000, ja? Äh, boah. Kann ich endlich mal was machen? Was, 40.000? Ja. Na, ich auch. Ich lege jetzt schon mal die Dings an und dann in der Zeit halt, solange Resident fertig ist, wir dann eine Aufnahme-Pause machen können. Aufnahme-Pause. Äh, ähm. Äh. Keine Ahnung. Was ist das Ding? Äh, was ist das auch? Ich schaue halt den Namen. Äh, ja, Mann. Äh, äh, ja. Das dreht sich erst. Was los? Wieso hast du gesagt? Ja, Mann. 1.100 A, äh, Zweiten. Was? Ja. Das ist das, wonach ich gerade suche. Ich glaube, mit Eisen gebe ich mich auch gerade noch zufrieden. Äh, hier ist noch mal Eisen. Ich weiß, wie weit ich weg von dem bin, ja. Eisen, dann kann man damit bescheisen. Oh, 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 oh. Ob, einfach nur gegen Geduld. Scheißdreck, Mann. Nimm ich mal das Eisen mit noch ein bisschen Geld. Ungefähr, ungefähr das gleiche Schiff, bloß ein bisschen mehr Hightech und ein bisschen mehr Polish. Bisschen größer. Muuuua. Uuuuua. Wau ich dann in der nächsten Aufnahme-Session dann komplett halt auch? Ich werde in der nächsten Session erst mal gamblen. Gucken, wie das aussieht. Das wundert nicht. Werd wundert nicht. Das wundert erst richtig. Ja, wir wollen mal gucken, wie das aussieht dann. Obwohl, weil die halt einfach auch mal reinglotzen sind. Sozusagen so als Cutter. So, weißt du so, mh, jetzt ist vorbei. Nächste Folge seht ihr erst, wie das gambeln aus? um vollprofessionell es ist leider in die nächsten ohne kann man da nur tun auch wenn sie das gar keine angucken würde vielleicht schnell zu erinnern auch auf außen nicht so dass sie das wo gar keine aber auch niemanden gebeten mich zu gucken hier schwebt einfach was goldenes rum könnte vielleicht von fallen an sein warte 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 ja habe ich tatsächlich ja dein schiff ist ja auch kaputt hier ist noch noch auch noch irgendwas anderes was das denn auch ganz sammeln sie sich schnell auf ihr da hinten ist auch noch was grünes wie weit das weg geflogen ja wo ist denn das scheiß gold ne hier bei mir oh ich bin echt ein bisschen blind alter da hinten ähm eine sache von dir ist gerade hier rechts neben mir verschwunden oh oh machen sie hier nicht hast schon eingesammelt esen da hinten ist auch noch was ruhig hin zeig da geht schon geht schon geht schon ja dringend 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 Leute von heute heute was sie war jetzt eine Stunde 20 übrigens aber kann man jetzt aber aufeinern dann sieht man sich jetzt nicht folge auch wenn jetzt schon mehrere folgen gekommen sind Nächste Aufnahme. Wie sieht man sich dann jetzt in der nächsten Folge. Nächste Aufnahmesession dann. Genau, Stimme. Wiedersehen.